Leute, Leute, Leute. So, aber ansonsten gibt's hier nichts, oder? Okay. Ladies. Nö. Wo ist denn der? Machen wir erstmal Licht aus hier. Da drüben am besten auch. Keine Ahnung warum. Ich verschwende schon wieder viel zu viel Munition. Hier ist in Ordnung zu laufen, oder? Jetzt trifft doch endlich mal! Was heißt, da bist du ja? Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Hoffentlich. So, jetzt probieren wir nochmal das Nachtsichtgerät aus. Ja, das ist doch super. Da ist er auch schon. Mensch. Alter, der Rauch. Dreh einen Scheiß! Vor allem seh ich meine eigene Lebensanzeige nicht, ey. Alter, die sehe ich. Na, endlich. So, ich nehme mal ab. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Revolver ist so ein Suboptimal. Oh, guck mal, Muni. So, hier noch ein bisschen. Hast du noch nicht? Noch ein bisschen Muni. Oh. Mensch. Lalalala. Ist das richtig, was ich hier mache? Kann gut sein. Kann aber auch nicht sein. Ich glaube, hier ist es in Ordnung, wenn ich die Taschenlampe anmache. Guckla. Alter, das ist ja eine Jump'n'Run hier. Das ist ja fürchterlich. Da komme ich doch nie rüber, oder? Oder doch? So, die Frage ist, wo jetzt? Da hoch, glaube ich. Moment. Kann ich hier hoch? Nee, oder? Alter. Ob das so eine geile Idee war hier? Wie komme ich denn? Ach, ich muss hier runter, oder wie? Höh? Ah, hier, Moment, jetzt sehe ich es. Auf das Rohr hier. Dann habe ich da oben anscheinend was verfasst. Schade. So, Gasmaske aufsetzen. Und ich würde sagen, wir verpissen uns endlich mal von hier. Und dann muss ich auch leider bald schon wieder eine Aufnahmepause machen. Denn ich nehme hier irgendwann um eins auf. Das ist nicht so geil. Alter, was ist denn hier unten los? Und dann haben wir aber auch endlich die Mission mit den Faschisten durch. Hier ist eine Falle einfach mal rüberspringen. Und mir gefällt das Geräusch nicht. Ich renne mal lieber durch. Hier war noch eine Falle. Na, na los. Oh Gott. Schnell, bevor die Faschisten merken, dass wir hier waren. Oh oh. Ja. Na los. Ach, sehr gut. Geht's hier weiter? Nee. Das heißt, wir müssen mal hier hoch. Ja. Da geht's nicht mehr. Okay. Wir sind jetzt wieder dort, wo keine Faschisten sind. Das ist ja... So viel zu keine Faschisten. Ach du meine Güter. Scheiß. So einen Scheiß wollte ich gerade sagen. Ja, sag dich nicht gerade noch was von keinen Faschisten oder so. Aua. Ja, lief nicht so prickelnd. Nein, nicht runter gehen. Na, komm schon. Ja, die sterben aber auch nicht. Alter, da bin ich hier vertragen. Oder liegt das am Schalldämpfer? Hallo? Willst du? Wo bin ich? Komm, der Typ da drüben ist da auch noch am Leben. Meine ich doch. Ja, das glaube ich auch schon fast. Nachladen. Wo kommst du her? Alter, ich sterb doch endlich mal. Heilige Scheiße. Ich glaube, der Schalldämpfer war wirklich ein absoluter Fehlgriff. So, Muni aufnehmen und lieber zu der wechseln. Die gute alte AK. Was ist denn das? War eine Spruchflinte wahrscheinlich. Kann ich jetzt hier... Ja. Auf den Button mit mir. So, und ich kann mich sehr gut erinnern, dass hier... die Arschlöcher auf uns warten. Und in Scharen kommen. In Scharen. Nein. Nein, komm zurück. Moment. Ach Gott, ey, ich kann mich ja erinnern... Ja, ich kann mich ja erinnern, dass das hier so eine beschissene Stelle war. Versuch nicht wegzulaufen. Es gibt keinen Kommen vor mir. Wir haben Verletzte. Alter. Man sieht, ich sollte mehr zielen. Alter. Kommst du wohl zurück? Ja, Munition hier ist voll wertvoll. Die muss man aufbewahren und all... Jeden Schuss hier kostbar. Wo packt der eigentlich die ganze Munition hin? Aua, wo? Ey, ich seh doch hier keinen. So. Irgendwo links. Da ist er. Gott, ey, ich will hier eine Granate hochwerfen, und dass die einfach alle absterben, aber mit den Granaten bin ich so ziemlich... Überhaupt nicht gut. Wo sind die jetzt? Ja, dann komm doch mal raus. Ist der tot jetzt? So, das hört sich tot an. Ich nehm aber das Nachtsichtgerät mal lieber wieder ab, weil ich glaube, das hat einen bestimmten Akku. Eine Akku-Lebezeit. Alter, ey, ich hasse diese Stelle sowas von... Das kann ich euch aber... Da kann ich euch ein Lied von singen. So, jetzt mach ich die scheiß Lampe an. Das ist mir jetzt auch egal. Alter, wie die alle hier rumstöhnen, ey. Das ist ja wie beim schwulen Porno. Das ist schlimmer als beim schulen Porno. Ach, hör mir auf mit deinem Scheiß. Ihr habt sie doch nicht alle. Was? Ja, nee, aber... Ich glaube, für heute lasse ich's erst mal. Ich bin ziemlich fertig. Tut mir wirklich leid. Aber nötig, würde ich sagen, für diese... Für heute war's das erst mal. Ich bin schon ganz durcheinander. Ich kann überhaupt nicht mehr sprechen. Ja, ich glaube, ich nehm lieber auf, wenn ich ein bisschen munterer bin. Aber ich würde sagen, für dieses Mal war's das erst mal. Wir sehen uns dann gleich oder in der nächsten Folge wieder. Ich spreche wieder viel zu schnell. Und dann bis dahin. Tschüssi! Metro. Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück in der Metro. Ja, wo sind wir jetzt eigentlich stehen, ihr lieben Menschen? Krieg. Aber gut, das hatten wir schon mal. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, du... So. Ach du Scheiße, hier sind wir. Erst einmal wollte ich mich dafür entschuldigen. Bam, bam, bam. Entschuldigen, dass in der letzten... Äh, nicht letzte Woche. Gestern keine Folge kam. Denn ich hatte leider vergessen, Black Ops zu rendern, wodurch ich keinen Speicherplatz auf der Festplatte hatte und somit nicht aufnehmen konnte. Deshalb habe ich jetzt einfach mal schnell gerendert. Jetzt ist es endlich fertig geworden. Da ist ja noch einer. Ach, Scheiße. Alter, wie viel halten die denn aus? Mann. Ziemlich kräftige Jungs, die Russen. Und ich war ja noch nicht fertig. Jedenfalls hat das Team dann irgendwie... Ach du Scheiße. Jedenfalls hat das Team dann auch irgendein Problem. Es wollte einfach Part 2 das Spiel nicht starten. Ich musste jetzt auch wieder ein bisschen rumbasteln. Hab's dann natürlich hinbekommen. Sonst wären wir ja nicht hier. Und jetzt läuft es endlich. So, ich setz mal das Nachtsichtgerät aus, weil ich nicht entdeckt werden will. Nehmen wir mal ein bisschen auf. Ein Wunder, dass die uns nicht gehört haben. Sonst haben die hier immer Wallhacks an und die Super-Schallohren hören gleich alles auf 100 Meter Entfernung. Aber irgendwie, jetzt haben sie uns nicht bemerkt. Aber gut, ich würde mal sagen, das nutzen wir mal zu unserem Vorteil aus. Und ich mach mal wieder ein wenig ruhiger, denn wir müssen uns ja immer noch auf die Metro-Atmosphäre einrichten. Ist ja kein lustiges Spiel, in dem man einfach mal durchrennt und Spaß hat, sondern, also Spaß soll es natürlich schon machen. Ich meine natürlich, dass man wirklich in die Atmosphäre einsteigt. Wir versuchen jetzt mal von den Roten oder von den Faschisten, ich bin mir grad nicht so sicher, ob das die Faschisten oder die Kommunisten sind. Jedenfalls scheint da was zu kommen. Scheiße, die haben wir schon mal. Renn, Artyom, renn! Da sind welche! Ich seh nichts! Boah, Alter, das sind da viel zu viele! Verdammt! Letzten Speicherpunkt, klar, dann sind wir jetzt wieder... Ich hoffe, wir sind nicht wieder an der Scheißtür, wir sind wieder an der Scheißtür. Na, klasse! Das heißt, sterben wäre nicht so geil. Alter! Wie viel die aushalten! Aber das hab ich ja schon mal erwähnt. Na komm, da sind doch noch zwei oder drei mehr, das weiß ich. Na, also. Schöne Bluteffekte übrigens. Ist ein bisschen zu hell, finde ich, aber ich weiß ja nicht, ich hab ja noch nie richtiges Blut an der Wand gesehen. Jedenfalls nicht so viel. Ich mein, ich seh öfters mein Blut, aber na gut. So. Jetzt wieder alles aufsammeln, ist ja auch ne, hab ich, aber wir brauchen natürlich die Munition, ne? So ist ja nicht. Was ist? Ich wollte grad sagen, den Wagen schaffen wir eventuell da drüben. Nein! Runter! Runter, 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 runter. Ich hab wenig Bock, die Granaten haben irgendwie eine tierische, weite Reichweite. Ich wollte nämlich sagen, mit dem Wagen, dass wir da eventuell jetzt haben die da uns auch bemerkt, dass wir bei dem Wagen eventuell eine Granate werfen. Erstmal erholen. Der Schlopfschwanz von da ganz links müsste ja auch gleich kommen, egal, dann murkst du mir halt die ganze Station ab, bleibt uns ja auch nichts mehr übrig. Ah, yes, yes, yes. Ach, Scheiße. In was haben wir uns da nur reingeritten? So, hier noch ein bisschen Munition. Alter, blöde. Ich seh den da so hinten ein bisschen. Alter. So, der ist tot, aber da oben ist noch einer. Das seht ihr jetzt vielleicht ein bisschen schlechter. Kommt noch einer. Ach, du Scheiße, wie viele kommen denn hier? So, die sind auch tot, aber da oben müsste noch einer sein. Ich seh das aber jetzt recht schlecht. Boah, Scheiße, das ist der Wagen. Den hätt ich fast nicht gehört. Boah, Scheiße. Boah, Scheiße. Einmal,